Okay meine Lieben, die Story habe ich gestern durchgezockt und für die Ubisoft Connect Kernherausforderung muss man noch neues Spiel Plus, also sprich nachdem Hans einmal durchgezockt hat, einmal auf das durchspielen. Und mir fehlen hier noch sechs Trophäen für die Platinauszeichnung. So, nehmen wir mal den Spielstand. Machen wir auch Meisterattentäter. Und darauf tot an, das heißt quasi, wie soll ich es am besten sagen, sterbe ich einmal muss ich es nochmal von vorne beginnen. So. Da sind wir wieder. In Bagdad. In Bagdad. In Bagdad. In Bagdad. Sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Charbis Moschee Ausschau. Dort sammelt er nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Hm. Na dann, wohin führt mich mein Herz? Ja! 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 Soooo Soooo Ah, die hat keinen neuen Pferden zugekriegt, okay? Und Falken hat sie auch keine neue zugekriegt. War's das für's Erste? Auf ein andermal. Komm gerne öfter vorbei. Falken Oho GANTE Oho das hat jetzt leider nicht geklappt egal ich nehme das hier Okay, die Aussichtspunkte sind weg. Gut zu wissen. Dann müsste ich wieder neu synchronisieren. Machen wir erstmal hier synchronisieren und dann mache ich erstmal Feierabend, denn ich muss ja gleich los zur Arbeit. Okay, zack. Ja. Zack. Dann hören wir uns jetzt beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag.